Sehr vieler Korrektur ist unsere Leidenschaft. Was bedeutet das? Das bedeutet eine Affinität zur Technologie, die bestmögliche Technologie den Patienten anzubieten. Die persönliche Affinität zum Patienten, die persönliche Korrektur, das persönliche Matchen von unterschiedlichen Methoden zu unterschiedlichen Patienten. Ein Linienpilot braucht eine andere Sehvieler Korrektur als ein Uhrmacher. Ein Patient, der 30 Jahre alt ist, hat andere Bedürfnisse als ein Patient, der 50 Jahre alt ist. Das Ganze macht iLaser einzigartig. Und deswegen sind wir jeden Tag dabei, die Brillenfreiheit den Menschen zu ermöglichen. Immer mit großer Freude. Ich lade Sie herzlich ein, einen Termin bei iLaser zu buchen. Dieser Termin kann auch online vereinbart werden. Während diesen Termins werden erste Abklärungen durchgeführt und Sie lernen unser Team persönlich kennen.